Lilly Spezial Die ersten 8 Schritte Wir setzen die rechte Ferse vorn ab Den rechten Fuß mit einem Step neben den linken Setzen noch einmal die Ferse vorn ab Und den rechten Fuß neben den linken absetzen Jetzt setzen wir die linke Ferse vorn ab An den rechten Fuß wieder ran Und zum Schluss die rechte Fußspitze hinten absetzen Und den rechten Fuß wieder neben den linken absetzen Und diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir setzen jetzt die linke Ferse noch einmal vorn auf An den rechten Fuß wieder ran Jetzt stampfen wir den rechten Fuß zweimal auf Setzen den rechten Fuß nach vorn Und machen eine halbe Linksdrehung Setzen den rechten Fuß wieder nach vorn Und machen wieder eine halbe Linksdrehung Und das Ganze noch einmal die letzten Schritte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte ist ein Rätwein nach rechts und einer nach links Den rechten Fuß zur Seite Den linken dahinter Den rechten Fuß zur Seite Und mit dem linken Fuß machen wir ein Scaf Beziehungsweise Bodenschleifer Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite Den rechten Fuß dahinter Den linken Fuß zur Seite Und mit dem rechten Fuß machen wir ein Scaf Oder Bodenschleifer Diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Das ist eine Variante Dass man bei diesem Rätwein keine Vierteldrehung macht Aber es gibt noch eine zweite Variante Mit einer Vierteldrehung Und das zeige ich jetzt Den rechten Fuß zur Seite Den linken dahinter Den rechten Fuß zur Seite 1 Scaf Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite Den rechten Fuß dahinter Den linken Fuß nach vorn Mit einer Vierteldrehung nach links Und dann ein Scaf Und diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir setzen jetzt den rechten Fuß nach vorn Den linken Fuß mit einem Step daneben Setzen den linken Fuß zur Seite Den rechten Fuß mit einem Step daneben Den rechten Fuß nach hinten Den linken Fuß mit einem Step daneben Den linken Fuß zur Seite Und den rechten Fuß mit einem Step daneben Und diese Schritte zeige ich noch einmal von hinten Damit man das besser sieht Das war jetzt der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und der Tanz beginnt jetzt wieder von vorn Und der Wasser